Ich hab mich jetzt extra mal nur hingestellt und hab... Ja, weil du als Mini-Snack für die zählst. Mein Raptor ist tot! Leck mich! Das kann doch nicht schon wieder sein! Jetzt geh ich gleich wieder drauf und mein Raptor ist auch tot! Ah, leck mich doch am Arsch, das kann doch nicht sein. Also das Eck da hinten, das regt mich voll langsam auf. Echt, das Eck da hinten regt mich auf. Die ganze Rüstung ist im Arsch, alles. Komplett hinüber wieder. Ich hab keinen Chitin, gar nichts mehr. Hallo, du. Ich mag keine Vertreter. So, ähm, ja. Das passiert übrigens auch bei mir im echten Leben, wenn ein Vertreter vor der Tür steht. Der wird einfach knallhart, denn ohne mit der Wimper zu zucken, der kriegt den Pfeil in die Fresse. Auch natürlich mit meinem Vertreter. Rein in die Hölle! What the fuck? What the fuck? Nein! Nein! Und Vlog Nummer 88. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 90. Das war's eigentlich. Meats, hast du noch irgendwas zu sagen? Das war's eigentlich. Oh, ja, der Kommmas. Das war's eigentlich. Untertitelung des ZDF, 2020